Ich heiße Yume Tanaka. Ich bin jetzt seit drei Jahren die Nummer eins bei Seneca Racing und ich habe es mir als Ziel gesetzt, die erste Frau zu werden, die die Meisterschaft gewinnt. Reden wir kurz über die neue Nummer zwei. Und darüber, dass Ado jemand Unbekanntes einstellt. Naja, Ado investiert gern in Potenzial. Das macht uns zu dem Team, das wir sind. Aber am Ende kommt es doch immer nur auf eines an. Bist du tatsächlich gut genug? Man braucht viel Talent, um in einer einzigen Saison in so vielen Disziplinen und Events anzutreten. Mit Einsatz und guten Absichten allein kann ein Team nicht überleben. Wir brauchen Siege. Also, nach dem letzten Rennen glaube ich, dass Valentin Mann sie auf die Kritiker reagieren will, die meinten Seneca 22 bei ihm überlegen. Was wird er heute zeigen? Und die Trucks halten eine Menge aus. Aber wenn man sich um eine Rampe streiten muss, kann es schnell passieren, dass man auf den Dach über die Strecke rutscht. Ich hoffe, Ajit hat die Aufhängung gut hingekriegt. Okay, guter Arbeit, der Bist. Fühlt sich gut an. Ich glaube, da hat jemand Wüstung gemacht. Seine Zeit für die letzte Runde war 1,16,7. Der Spur ist anscheinend perfekt genug. Der Bl 89,16,5. Der Bl 89,6,5, 16,8, was wird er. Der Bl 89,6, 5,18,8, ProCK, 3,8, WTB, Präusper. Der Bl 89,6,ノ, 5,6,-1, 1,4, Schicks. Der Bl 89,9,5,at ihr Konzert? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay, letzte Runde war deine Zeit, 1, 10,4. Die Zeit, 1, 10,4. Die Zeit, 2, 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 9. Die Zeit, 2, 10,4. Die Zeit, 2, 10,4. Die Zeit, 2, 10,4. Gut gemacht. Das Team ist zufrieden. Wieder ein vielversprechendes Ergebnis von Seneca. Aber ist es auch genug, um sie zum ersten Mal in die Profiliga zu bringen, oder wird es wieder nicht reichen? In derumi nous kommen. Die Zeit, 2, 10,4. Die Zeit, 2, 10, 4. Die Zeit, 2, 10,4. Untertitelung des ZDF, 2020